Herzlich Willkommen liebe Zuschauer, mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Ich möchte Ihnen heute die 2 Unzen Silber Queen's Beast Serie der Royal British Mint vorstellen. Und zwar sind das 2 x 2 Unzen. Schauen wir uns das gemeinsam an, dann erkläre ich Ihnen die Details. So, meine lieben Damen und Herren, dann sehen Sie hier auch schon die Münzen von der Queen's Beast Serie. Hier sehen wir die 2016er Variante, wie man hier unten schön lesen kann, in 999,9er Feinsilber. Die Münzen haben wirklich was Pompöses, die sind sehr, sehr dick und robust. Und hier sehen wir quasi das neueste Teil aus dieser Serie und zwar ist es der Greif, der Griffin. Hier unten sehen Sie auch den Jahrgang, 2017 hat denselben Feingehalt und das ist die passende Münztube, in der Sie die Münze erhalten. Hier werden 15 Stück innegehalten, das sind insgesamt 10 Münzen, die in dieser Tube geliefert werden und Sie bekommen die dann in 200er Boxen. Das finden Sie auch aber in Bildern auf unserer Webseite. Und zwar zur Queen's Beast Serie vielleicht ein paar Worte. Die Queen's Beast Serie ist ausgegeben worden erstmals im Jahr 2016, deswegen zeigen wir hier gerne auch nochmal den Löwen. Und das Besondere an dieser Serie ist, dass sie 10 jährlich wechselnde Motive zeigt. Die letzte Ausgabe erfolgt dann im Jahr 2025 und ja, warum und was hat es mit dem Namen Queen's Beast auf sich? Also die Queen kennen ja wahrscheinlich alle und die Queen hat quasi einige Tiermotive in ihrem königlichen Hof aufgestellt. Unter anderem beginnt es dann mit dem Löwen, geht über den Greif hinweg und die nächsten 8 Motive aus der 10 jährlichen Serie werden Sie garantiert noch überraschen. Wir durften schon mal reinspitzen und wir sind absolut begeistert. Das ist auch einer der Gründe, warum wir selbst diese Münzen für uns kaufen. Der Durchmesser misst 38,61 Millimeter. Ja und für die Gestaltung war wieder mal Jodie Clark, der auch einige Motive der Queen und auch einige Tiermotive designt hat, verantwortlich. Der Nennwert dieser Münzen, um uns auch nochmal eine Rückseite anzusehen, liegt bei 5 British Pounds. Also das sehen Sie hier außen schön, 5 Pounds. Man sieht hier Elisabeth, was ich jetzt unterschlagen habe, ist, dass wir uns den Rand miteinander ansehen. Der Rand ist sehr dick, also Sie sehen, die Münze hat ein wirklich ordentliches Volumen. Es macht auch Spaß, diese Münzen anzufassen. Ja, die Haptik ist wirklich hervorragend. So, ansonsten, was die Details der Münze angeht, die Münzen haben einen Durchmesser von 38,6 Millimeter. Leider ist es schwer, an die Kapseln für 38,6 Millimeter zu kommen. Durch die erhöhte Dicke ist es so, dass die Leuchtturmkapseln hier nicht passen. Wir sind aber daran, dass wir ab Anfang Januar 2017 auch die passenden Kapseln, die sehr gesucht sind, hierfür anbieten können. Das Gewicht einer 2-Unzen-Münze ist vielleicht auch nicht eben geläufig. Es ist das Doppelte von 31,1 Gramm, also 62,2 Gramm. Und ja, für die Anleger, die das in 200er-Boxen suchen, würden wir uns auch über einen Anruf freuen. Wir können sie hier gerne beraten. Selbstverständlich bekommen sie auch noch den Löwen von uns. Und ja, der Löwe wird allerdings bald nicht mehr verfügbar sein. Es sind nur Restbestände, die die British Royal Mint anbietet. Und der Greif, beziehungsweise der Griffin, der wird jetzt das nächste Jahr erstmal verfügbar sein, bis dann das dritte Motiv kommt. In dem Sinne würden wir uns freuen, wenn ihr das Video zusagt und sie uns vielleicht sogar einen Daumen hoch herlassen. Wir hoffen, Ihnen hat das Video gefallen und wir würden uns über einen Daumen hoch freuen. Gerne dürfen Sie hier unten auch Kommentare hinterlassen oder die Infobox genauer ansehen. Dort haben wir einige spannende Links versteckt. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Rufen Sie uns doch gerne mal an für eine Beratung. Die Hotlines sind hier eingeblendet. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.